Kommt aber heran mit Norman Richter im Sattel, geht hinein, die Boxentüre muss natürlich noch verschlossen werden, das wird jetzt geschehen und Starterfolg, Pferde unterwegs, fünftes Rennen, der Preis von Latest, die Pferde in der Südseite zum ersten Male, Home Please mit Anakin Skywalker, mit Key übernehmen hier das Kommando bei flotter Fahrt, wo es zum ersten Mal in den Einlauf gleich hineingeht, Home Please vorne mit Key, mit Anakin Skywalker, dahinter Butler, der belgische Gast mit Theology, zu sehen vor Christoph Kolumbus am Schluss des Feldes Magic Jack, So geht es gleich zum ersten Mal am Ziel vorbei, Home Please im Vorteil, dahinter Key mit Anakin Skywalker, Theology, dicht auf zwischen den Pferden vor Butler in fünfter Position, dahinter Christoph Kolumbus und am Ziel vorbei letzter Magic Jack. So geht es in die Nordseite hinein, vorne Home Please, weiter an der Spitze, Home Please mit Theology, mit Anakin Skywalker, Key ist dicht dabei, dahinter Butler fünfter, weit zurück Christoph Kolumbus, dahinter Magic Jack. Es geht gleich in die Gegenseite hinein, und Home Please jetzt mit drei Längen vor dem nachsetzenden Key, an der Spitze, dahinter bleibt dann an der Innenseite Theology, dicht dabei, und so geht es hier durch die Gegenseite weiter, dahinter macht dann, wer ist denn das da außen, Butler, glaube ich, Bodengut, der sich hier heranhält, und den Platz noch einmal verbessern kann. Home Please an der Spitze, die Pferde sind bereits Ende der Gegenseite, Home Please an der Spitze, und dahinter, wer kommt denn da, Butler ist jetzt da, dahinter Abstand, da ist jetzt Christoph Kolumbus dritter, der nachsetzen kann mit Key for Theology und Magic Jack. Home Please an der Spitze, es geht Richtung der Zielgeraden, Home Please vorne, Home Please führt, dahinter Butler und weit zurück der Rest mit Christoph Kolumbus, dahinter Magic Jack noch schnell, Home Please vorne, Home Please führt an der Innenkante, wer kommt denn da noch? Christoph Kolumbus kommt mit Magic Jack, der wird nochmal schnell gemacht, Home Please aber vorne, Home Please an der Spitze weiter, dahinter kommt Magic Jack noch ins Rennen, ist jetzt zweiter, Home Please führt, Magic Jack kommt näher, Home Please vorne, die letzten Meter, Home Please Magic Jack, Home Please gewinnt vor Magic Jack, Home Please Magic Jack, und dahinter ist es Butler, der ist dritter vor Christoph Kolumbus, Key ist dahinter vor Theology und weit zurück Anakin Skywalker. Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch aus dem fünften Rennen, Preis von La Tess, ein Ausgleich 3 über 2300 Meter und es siegte mit der 3 der 5-jährige Wallach, Home Please. Auf dem zweiten Platz ist die 7 Magic Jack, drittes fährt ist die 5 Butler und auf dem vierten Platz die 6 Christoph Kolumbus. Ich wiederhole noch einmal den vorläufigen Richterspruch aus dem fünften Rennen, 3, 7, 5 und die 6. Auf dem zweiten Platz ist die 7 Magic Jack, drittes fährt ist die 6atever-Nähez, die 6inental-Nähez diffuset sind. 우�on ist die 6.0.1, 3, 7, 7, 8, 9. Aus dem zweiten Platz ist die 6.0.1, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22. Wachstum 28, 15, 16, 20, 21, 22, 22, 23, 23. 14, 25, 21, 23, 23, 22, 23, 23, 24. Untertitelung des ZDF, 2020